Hallihallo, mein lieber Steinbock, mein lieben Steinböcken, gibt es sowas? Könnt ihr mal in die Kommentare schauen, heißt das Böcken? Gute Frage, ne? Ich komme immer auf Klöpse. Ihr Lieben, ich begrüße euch erstmal ganz, ganz lieb und ganz herzlich für euer allgemeines Reading für den Juni 2023. Beachtet bitte, das ist ein allgemeines Reading. Das Reading muss nicht mit jedem in Resonanz gehen. Ansonsten schaue auch ganz gerne nochmal in deinen Mond, Venuszeichen oder Aszendenten vorbei. Wenn du nicht weißt, wie du das Ganze errechnen kannst, habe ich dir in der Infobox ganz unten deinen kostenlosen Link mit rein bereitgestellt. Und damit kannst du das Ganze einmal berechnen lassen. Ja, ich bereite die Kärtchen vor, ihr Lieben. Wir schauen mal, welche Energien das Universum, die Geistesführer für euch mitgebracht haben. Ja, ich nutze übrigens das Golden-Fulli-Tarot-Deck. Und wir Lucky, 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 was die Karten denn hier so sagen. Welche Energien hier so zum Vorschein kommen, ihr Lieben. Ich ziehe zunächst fünf Kärtchen. Fünf Karten für meine lieben Steinböcke. Fünf Kärtchen. So, wir haben hier einmal den Ritter der Münzen. Den Hierophanten. Zwei der Münzen. Vier der Stäbe. Und das Ast der Kelch, ihr Lieben. Da ist aber Liebe im Spiel, würde ich mal sagen. Lass uns mal schauen. Ja, der Ritter der Münzen. Münzenergie im Taro, wisst ihr ja, ist immer eine sehr langsame Energie. Dafür sehr beständig. Ja, und wie der Ritter der Münzen schon andeutet, du siehst ja, das Pferd ist jetzt nicht im Galopp. Es steht noch, ja, damit steht die Karte immer für Ausdauer und dein Durchhaltevermögen. Ja, es wird was in deinem Leben in Stabilität, in Verlässlichkeit kommen. Und du kannst wirklich gelassen auf Dinge, ja, die Dinge auf dich zukommen lassen, so kann ich es wirklich sagen. Das hat, das kann was mit Finanzen, mit dem Beruf zu tun haben. Also alles, was du konkret erreichen kannst, das wirst du auch erreichen können. Möglicherweise wird dir auch nochmal jemand mit seinem Rad zur Seite stehen. Ja, und das ist das Element Erde. Also Steinbock, Jungfrau, Stier, deine eigene Energie, so kann man es sagen. Man kann auch sagen, ob das jetzt auch in der Liebe sein kann oder im Beruf, aber auf sein Angebot kannst du dich definitiv verlassen, denn der Ritter der Münzen ist selber auch sehr beständig. Er ist kein stürmischer Liebhaber, das darfst du bei ihm definitiv nicht erwarten, aber er weiß, was Treue bedeutet. Ja, ein sehr treuer, treuer, ja, Partner, Mensch, Ratschlagsgeber. So, und wir haben hier den Hierophanten. Der Hierophant ist ja quasi das, was früher der Papst war. Er ist ein Gelehrter, er ist ein sehr weiser Mensch, ein Tröster, der auch dir alle Fragen zu dem Sinn des Lebens mit beantworten kann, der dir mit Rat und Teid zur Seite stehen kann. Aber hier sind auch Schlüssel abgebildet. Und diese Schlüssel deuten immer für ein Neubeginn im Leben hin. Das heißt, es werden neue Türen für dich aufgehen. Ja, denn der Hierophant ist eine Karte aus der großen Arcana, nämlich die Karte 5. Und das ist dem Sternzeichen des Löwen zugeordnet. Entschuldigung, der Stier ist, nicht das Löwen, der Stier ist. Und es werden definitiv neue Türen für dich geöffnet. Das kann ein Neubeginn sein, ein neuer Anfang. Und wir haben hier parallel zwei der Münzen. Und aktuell hast du damit aber ein Problem. Du stehst unter Zweifel. Es geht um eine Entscheidung, die du getroffen hast oder noch treffen musst. Und du bist momentan in einem sehr großen Selbstzweifel, ob du A, eine richtige Entscheidung getroffen hast oder andererseits, welche Entscheidung du letztlich treffen sollst. Was ist jetzt die richtige Entscheidung in dieser aktuellen Situation? Das stellst du dir die Frage. Vier der Stäbe in Verbindung mit den ersten drei Karten sagen normalerweise immer, es wird alles gut. Du hast einen Grund zum Feiern, so kann man sagen. Du bist definitiv vorangekommen. Du hast etwas geschafft. Du hast etwas aufgebaut, so kann man es auch wiederum sagen. Aber, wenn das Wörtchen aber nicht wäre. Also bei vier der Stäben kann es sogar zu einer Seelenpartnerschaft kommen, weil die Zahl 22, 44 sind immer Dualseelenzeichen. Das ist also eine sehr schöne Familienkarte auch. Du kommst mit Menschen zusammen, die dir einfach gut tun. Das ist meistens definitiv die Familie. Und ja, denk auch mal an dich. Das bekomme ich hier auch nochmal rein. Und dann hast du das Ass der Kelche. Und der Liebeskelch, der läuft hier über, der ist hier im Überschuss. Ganz viel Wasser haben wir hier schon. Wie bei allen Assen geht es hier mal um Neubeginn. Und dieser Ass der Kelche, das kommt jetzt schon sehr unerwartet. Da rechnest du definitiv nicht mit. Das kann man definitiv schon mal sagen. Steht für Liebe, für pure Gefühle, neue Emotionen. Ja, das ist quasi die Glückskarte, die wie aus dem Nichts kommt. Ja, jemand reichte plötzlich den Liebeskelch. Und das kann definitiv ein Neubeginn. Ja, und das ist eine Gabe vom Universum. So kannst du es, so fühlt es sich auch an. Plötzlich sind Gefühle im Überschuss vorhanden. Und zwar, hier geht es um die wahre Liebe, um tiefe Gefühle. Jetzt nicht um so Porno-Beziehungen. Ja, also jetzt nicht irgendwie, du lernst jetzt jemanden kennen, war ein Nightstand, äh, boll ist ja geil. Sowas nicht, absolut nicht. Sondern wahre, wahrhaftige Liebe. Na, ich hoffe, dass du sie schon mal kennenlernen durftest. Wirklich eine Liebe auf Augenhöhe. Eine Liebe, wo Emotionen aufblühen. Jeden Tag aufs Neue. Was sich anfühlt wie eine Achterbahnfahrt. Und, ja, kuscheln zugleich. Also, alles mit drin, ja. Also immer wieder wunderschön. Ist eine sehr sanfte Energie. Sanft wie das Wasser. Fische, Skorpion, Krebs. Kann also ein Wasserzeichen sein, mit dem du es hier zu tun hast. Und sehr große Fruchtbarkeit. Also hier kann es auch um das Thema Schwangerschaft gehen. Daher für alle, die das nicht unbedingt wollen. Ja, trefft Vorsorge. Ansonsten, die das wollen, ähm, ja. Dann, ne, mach mal. Könnte schön werden. Wir haben hier den König der Kelche. Zehn der Kelche. Die Sonne. Wow, die hatten wir gerade auch schon. Bei dem, das muss ich lügen, Witter, glaube ich. Nee. Was ist Witter? Ich weiß es nicht. Zweiter Stäbe. Und das Wheel of Fortune Rat des Schicksals. Also ordentlich was los, lieber Steinbock. Ja, bei dem König der Kelche, das weißt du selber, Kelchenergie haben wir gerade schon gehabt. Da geht es immer um Kontrolle der Gefühle aufgeben. Auch mal Verwundungen zuzulassen. Das geht speziell an deine Adresse. Und zwar das Vertrauen auf seine eigenen Gefühle zu haben. Denn dieser Partner, den du hier kennenlernst, das kann ein Volltreffer werden. Und zwar so ein Volltreffer, dass du in diese Energie kommst. Zehn der Kelche ist die höchste Trumpfkarte bei den Kelchen. Und hier ist alles möglich. Du siehst ja hier, die beiden Verliebten halten sich in den Armen. Die sind super glücklich. Ihre Kinder tanzen hier um die beiden rum. Also eine höhere Trumpfkarte als Zehn der Kelche gewidnig. Wenn du in dieser Energie bist, dann hast du quasi alles erreicht, was zu erreichen war. So kann man es definitiv sagen. Du hast deinen Herzensmensch an deiner Seite. Und diese Liebe bedeutet tatsächlich, dass ihr füreinander bestimmt seid. Also die Wörter wie Glück, wunschlose Zufriedenheit, emotionale Liebe. Alles das verkörpert diese Karte. Und wir sind immer noch im Wasserzeichen. Ein Fisch, ein Skorpion oder ein Krebs kann es hier für dich sein, lieber Steinbock. Und daneben noch die Sonne. Also besser, das ist echt der Wahnsinn in Tüten, sage ich immer dazu. Die Sonne, auch eine Karte aus der großen Arcana. Und ich meine, ich hatte sie bei dem Widder gehabt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nee, bei der Jungfrau hatte ich das gehabt. Die Sonne ist auch eine Karte aus der großen Arcana. Ja, es ist ja Glückskarte schlechthin. Also die Nummer 19, die Sonne ergänzende Karte für den Löwen. Hier geht es immer um Klarheit und großes Glück. Und das parallel mit einer erfüllten Hoffnung zusammen. Man kann immer sagen, das große Ja im Tarot. Auch Kinderwunsch hier wieder sehr positiv. Genau wie hier. Also da aufpassen, wie mit dem Kelch, den wir vorher hatten. Das weiße Pferd, das Kind. Das Kind zeigt immer einen Neubeginn. Ohne Sonne kein Wachstum. Ganz viele Sonnenblumen. Und diese rote Fahne, das bedeutet immer Kraft und Leidenschaft. Hier geht es immer um Großzügigkeit. Den Glanz im Leben. Und hier definitiv auch das nötige Selbstbewusstsein, was du hast. Du kannst dir ruhig konkret handeln. Ja, das ist ja auch sogar gewollt. Und das Kind symbolisiert immer alles Neue. Und der Kinderwunsch, der ist hier auch definitiv ganz, ganz groß und da. Ja, zwei der Stäbe Element Feuer. Bei zwei der Stäben, da bist du noch so am Überlegen, welche Entscheidung soll ich denn jetzt treffen? Was tut mir gut, was nicht? Eigentlich hast du die Entscheidung schon getroffen, weil du hast diesen Stab fest in der Hand. Den anderen hast du schon dem Rücken zugekehrt. Und hier ist nochmal so diese Weltkugel. Das bedeutet, dass du nochmal abcheckst. Wer ist da in mein Leben gekommen? Was bedeutet das für mich? Was habe ich davon? Und du überlegst noch, ob du diesen Landweg gehst hier außenrum oder ob du das Meer der Gefühle betrittst. Und du stehst jetzt noch in deiner Komfortzone. Das ist ja hier so dieser Palast, wo dieser Mensch steht. Oder im sicheren Hafen. Ich sage immer so, Schiffe sind nicht für Häfen gebaut, die sind fürs Meer gebaut, zum Reisen gebaut. Trau dich. Du hast längst diese Entscheidung schon getroffen. Und wenn dazu irgendwas noch nötig ist, wenn du noch in einer Beziehung versteckst, wenn du noch in jemanden abhängig bist, das Rad der Schicksals. Das ist auch eine Karte aus der großen Arcana. Das ist die Karte Nummer 10. Das ist eine ergänzende Karte für, das muss ich mal ganz kurz überlegen, das ist die ergänzende Karte für den Schützen. Genau. Für den Schützen war es. Ja, es ist hier das Rad des Lebens, sage ich immer. Es dreht sich, solange wie wir leben. Und das ist das Gleiche wie mit einem Fluss. Das Leben ist im Fluss. Der Fluss deines Lebens fließt Wasser. Mal weniger, mal mehr. Mal hat er einen Seitenarm. Mal trocknet er fast aus. Aber er ist immer im Fluss. Und wenn das Rad des Schicksals kommt, dann will das Rad des Schicksals dir einfach sagen, das Universum hat etwas entschieden und hat quasi ein schicksalshaftes Ereignis dir geschickt. Man konnte auch sagen, das musste passieren, damit du über eine gewisse Situation in Klarheit kommst. Sonst würdest du da nicht rauskommen. Und das ist vom Universum so gewollt. Und wenn du hier mal schaust, hier haben wir das Wort einmal Taro. Und wenn du das Wort rückwärtslater, lateinisch, auch das Wort Rota. Rota bedeutet dreh dich, bleibe in Bewegung. Leben ist nie Stillstand. Leben ist Bewegung, Leben ist Vorwärtsdrängen. Und hier ist definitiv was für dich gekommen, dass du quasi auch in diese Energie hier kommst. Das heißt, wenn du jetzt hier noch nicht bist, wirst du aber hier reinkommen. Und zwar kann es sogar noch im Juni sein. Und wir wollen dann nochmal das Göttin-Orakel zu befragen, ihr Lieben. Welche Botschaft das Göttin-Orakel noch für dich hat? Ja, ich habe die Göttin-Oja gezogen. Also nicht Oja, sondern so geschrieben. Oja, 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 Oja. Jedenfalls geht es hier um Veränderung. Ja, und diese Veränderung wird durch die Karte Rat des Schicksals passieren bei dir. Eine Veränderung wird in dein Leben kommen. Und du wirst einen Partner kennenlernen oder eine Beziehung eingehen, wo du in vollkommener Glücklichkeit, Zufriedenheit reinkommen wirst. Du wirst eine Familie haben. Es geht sehr positiv vor Schwangerschaften. Also eine wundervolle, tolle Legung für den Juni, ihr Lieben. Ja, wenn dir die Legung gefallen hat, und du damit in Resonanz gehen konntest, freue ich mich mehr über ein Like von dir. Solltest du zu den wenigen Menschen gehören, die vielleicht meinen Kanal noch nicht abonniert haben, für dich ist das zwar nur ein kleiner Klick, für mich bedeutet das ganz, ganz viel. Würde ich mich sehr, sehr freuen, weil für dich ist das Ganze kostenlos und verbindlich und mir hilft das wirklich sehr, sehr viel. Und dass ich auch weiterhin diese kostenlosen Videos hier anbieten kann für euch, würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen. Über ein nettes Kommentar natürlich auch. Ich wünsche euch, ihr lieben Steinböcke, einen wunderschönen Juni, eine wunderschöne Sommerzeit. Ich denke, wir sehen uns, wenn du magst, bis dahin aber nochmal wieder. Nämlich mit den Liebeslegungen, auch Beruf Finanzen wollen wir die nächstens nochmal anschauen. Also bleibt gespannt, ich bleib's auch. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.